Die Fleischverinnerung feiert Geburtstag, keinen gewöhnlichen, einen außergewöhnlichen, den 225. Gründungstag. Die Metzger Zunft in unserer Stadt, die es ja Grund zu feiern hat, weil sie, wie es im Zunftbrief steht, 225 Jahre besteht. Wir Bäcker gratulieren zum Jubiläumsfeste und wünschen euch Metzger das Allerbeste. Denn Brot und Wurst, drauf könnt ihr spüren, die zwei stehen zusammengehören. Es heißt, was im Sprichwort, fest wie ein Gebot, in der Not schmeckt die Woche ohne Brot. Doch fragt euch was selber. Haben wir jetzt Not? Ein Zunftbrief aus dem Jahr 1763 ist der Grund, dass die Fleischverinnerung Meldungen eine Jubiläumswoche gestaltet. Heute sind wir nun auf den Marktplatz gekommen, um die Bevölkerung weiter auf unser Handwerk aufmerksam zu machen. Die überschaubare Größe unserer Fleischereibetriebe geben Sicherheit beim Einkauf, das Handwerk, die sie können, garantiert Qualität. Für unser Jubiläum gefertigte Wurst, sie soll den Namen Melzinger Zünftlinge erhalten und vielleicht ein Renner werden. Ich freue mich aber ganz besonders, dass man es fertiggebracht hat, hier heute eine neue Wurst zu kreieren, die zum Beispiel die Melzinger Zünftlinge heißen.